Einen wunderschönen guten Morgen Ladies and Gentlemen, mein Name ist Rixi und willkommen zurück zu einer neuen Folge des Senders. Ihr solltet ja eigentlich offscreen die Abkürzung freischalten, allerdings bin ich hier so reibungslos durchgekommen, wie man sieht, noch vier Versuche. Dachte ich mal, starten wir hier sofort durch und werden dann in der Wüste weitermachen. Ich hoffe, das ist euch soweit recht, außer muss ich noch Videos reproduzieren, weil ich von Freitag bis Montag nicht vor Ort bin. So, dann gucken wir mal, ob wir das soweit hinbekommen. Was muss ich überhaupt machen? Oh Gott, ich habe gerade gar nicht nachgeguckt. Was müssen wir überhaupt machen? Mache eine Rückwärtssalzung. Okay, eine Rückwärtssalzung wollt ihr haben. Alles, kein Problem, das schaffen wir doch. Shit. Alter. Ach, oh Gott. Kaum mache ich das Video an, die Aufnahme an, dann fail ich schon, gegen den nächsten Baum gebreddert. Das geht ja mal gar nicht. Hopp, raum da. Gut. Da müssen wir durch. Speed is key. Wie es so schön heißt, gell? Gut, ein bisschen bremsen müssen wir auch. Okay, jetzt geben wir Stoff hier, da wird nicht der Anlauf sein für den Bossjump. So wie das aussieht. Jupp, ist es. Okay. Und... Gott. Yes, baby. Wie geil ist das denn? First try, Leute. Nice, oder? Läuft doch, läuft doch, läuft doch. Und wir haben das Leben wieder bekommen. Oh, wie geil. Und wir sind in der Wüste. Mache drei Rückwärtssaltos. Okay. Wir versuchen es, wir versuchen es. Oh, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Easy peasy. Uh, okay. Drei Rückwärtssaltos sind angeprangert. Und versuchen wir das. Geben wir mal Stoff hier. Uh. So. Ach, das ist geil, dass wir es so locker gepackt haben. Finde ich cool. Jetzt müssen wir nur noch Stoff geben hier. Okay. Was war das denn gerade? Für ein Geräusch. Keine Ahnung. Davon viel. Aber ich sehe, hier geht es ab wie Schmitzlumbus. Aber hier gibt es keine Sprünge oder so. Schade. Wir haben hier so ein Speed. Wuhu. Wow. Okay. Wir sind immer durchgekommen. Ohne Absturz. Ist ja auch schon sehr viel wert. So. Corvix. Stunts. Oh, die goldene Mitte. Die schönen Style und Stunts haben wir auch. Oh Gott. Was ist das denn? Für eine Sprungschanze. Oh mein Gott. Okay. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Oh yeah. Oh yes. Oh yes. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Scheimleister. Das war blöd gelaufen. Autsch. Was mache ich denn dafür? Mist gerade, Leute. Kann ich mir das mal erklären? So. Mit den Schuhen raus. Und nicht anders. Oh Mann. Habe ich hier viel Leben verloren gerade. Durch diese Aktion. Was? Was? Wie ist denn das? Bitteschön. Oh, wie gemein, ey. Okay, dann tun wir jetzt noch einmal freischalten, das Ding. Und dann haben wir es. Wir haben mal eine sehr, sehr kurze Tour in der Wüste. Aber das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Jetzt machen wir noch einen Wald. Und dann nehmen wir die Abkürzung. Und alles wunderbar. Okay, wir sind das Ziel erreichen, ohne zu bremsen. Das könnten wir sogar hinbekommen, eventuell. Dürfen wir uns nicht so viel Speed nehmen. Ich habe auch hier herausgefunden, man kann sehr gut hier mit bremsen. Mit dem Sliden. Also, hier mit. Genau da mit. Yep. So. Einmal schön hier rum. Gut. So läuft das doch. Wunderbar sogar. Also, kommen wir auf jeden Fall zum Ziel, ohne zu bremsen, wenn wir so weitermachen. Das ist nice. Das ist sehr nice. Gut, hier bremsen wir wieder ein bisschen ab. Ich habe keine Lust, hier zu viel Speed aufzuhaben. Da hätte man nämlich ein Zusatzleben. Das wäre geil. Wo ist denn die Steel? Ich brauche ein bisschen Gas mal hier. Das ist ja sonst ein bisschen zu langsam. Okay. Okay. So, ist schön. Und da ist das Ziel. Wunderbar. Wir haben es gepackt. Easy peasy. Yeah. 5 haben wir. Ja. Okay. 2 Rückwärtssalte wollt ihr haben. Hm. Kurvig. Das bringt mir auch nichts. Holen wir das hier. Vielleicht klappt es ja da. Da hätten wir 6 sogar, Leute. Boah. 6 Trice. 7 Trice sogar. Uuuuuh. Na 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 na. Na 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 na. Gut. Ihr wollt ja auf jeden Fall ein paar Rückwärtssalte von mir sehen. Oh Gott. Was mache ich da für ein Mist? Oh. Verdammt. Was war das denn gerade für eine Verrenkung? Ich habe gerade voll den Controller verzogen. Doof gelaufen. Aber na. Komm. Ist in Ordnung. Kriegen wir schon wieder. Irgendwie. Dann müssen wir über die Brücke. Okay. Da haben wir wieder eine knappe Kollision. Okay. Hier kann man ein Salto machen. Sehr schön. Da hätten wir schon mal einen. Da hätten beide machen können sogar. Mist. Okay. Versuchen wir es hier. Drückt mir den Daumen. Yes. Juhu. Sehr schön. Yeah. Du sagst es. Gleiches Ziel innerhalb von 35 Sekunden. Das schaffen wir auf keinen Fall. Das packen wir auf keinen Fall. Ach komm. Wir machen das mal. Ich will gerade wissen, was das ist. Ist das eigentlich nur gerade Strecke da? Oder was ist das? Würde mich jetzt mal interessieren, ob es hier überhaupt keine Berge gibt oder keine Kurven. Nur geradeaus. Ich bin jetzt mal neugierig. Okay. Da hätten wir einen Sprung. Aber das bringt uns nicht viel. Das wäre der Stunt. Sozusagen. Wir machen aber einen. Oder zwei. Yes. Doppelten Salto. Sehr schön. Und wir sind sogar noch gelandet. Den Kram. Oh man, ich bin wieder wieder auf die Strecke. Dankeschön. Okay, da kann man mal ein bisschen Gas geben hier. Wir haben eine Blücke. Da fahren wir schon locker easy-peasy drüber. Das überspringen wir mal. Da haben wir glaube ich zu viel Schwung für mittlerweile. So, dann machen wir hier noch ein 360er als nächstes. Oh Gott. Ein 180er. Aber wir sind nicht gestürzt. Okay. Da sind wir jetzt mal am Boss, oder? Nein, noch nicht ganz. Einen doppelten Rückwärtssalto wollt ihr haben von mir. Nehmen wir den hier. Ich misch gerne eine sechste haben. Das wäre geil. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, wird ja mal eine längere Folge diesmal. 21 Minuten haben wir jetzt schon. Aber mei. Ist es halt mal so. Okay, okay. Yes, baby. Nice. Direkt hinbekommen. Wie cool ist denn das, ey? Ich kam, sah und siegte. Oder wie war das nochmal? Oh, oh. Oh Gott. Glück gehabt. Das war echt mehr Glück als verstand gerade. Huh. Bremsen, bremsen. Da lang. Ja, gut. Hätten wir das auch? Nein. Oh mein Gott. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich bin einfach drüber gefahren. Oh mein Gott. Das wäre es gewesen, Leute. Dankeschön, Physik, dass du da nochmal ein Auge zugedrückt hast. Bin ich dir echt zutiefst verbunden mit vielen, 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 vielen Dank, dass du mir den Fail hier nicht zu einem Fail gemacht hast, sondern zu einem atemberaubenden Stunt. Und ich bremse auch mehr, wie ihr merkt. Seitdem funktioniert das auch besser. Auf jeden Fall, ey. So. Ich bin auf der Strecke bleiben wieder. Und wo ist das Ziel? Da ist das Ziel. Und wir haben sechs Versuche, Leute. Beziehungsweise sieben Versuche. Also wenn das nicht hinhaut, dann weiß ich auch nicht mehr. Mach einen 360er. Gut, den versuchen wir auf jeden Fall, damit wir sieben haben. Aber wir brauchen mehr Schwung, habe ich den Eindruck. Aber wir sind ja bisher immer auf dem Dach gelandet. Das ist natürlich nicht so prickelt. Dann würde ich dann hier einen Cut machen, glaube ich. Nach der Wüste. Also wenn wir bei der Wüste sind, oder? Ich weiß es nicht genau. Wow, das war knapp. Hm. Ja gut, wir gucken mal, wie ich mich schlage. So, hier drüber hüpfen. Gut. Wir haben Probe bestanden. Und jetzt kommt auch der Anlauf für den Monster Jump. Für den Boss Jump. Oh, Nelly! Und wieder auf dem Dach gelandet. Verdammte Hacke. Wieso lande ich immer auf dem Dach? Ich habe doch Vollspeed gehabt jetzt. Doof. Naja, wir schaffen es aber jetzt noch. Komm. Ich muss nur noch ein bisschen Gas geben hier. Und dann haut das auch hin. Mit dem Nachbarn. Hup! Oh, Shit. Au. Mann, ey! Kann dir so schwer sein. Einfach drüber hüpfen. Einfach drüber hüpfen, Trixi. So. Schön gerade positionieren. Gerade positionieren. Gerade positionieren. So, in etwa. Hup! Ich schaffe es nicht drüber. Ich kann machen, was ich will, Leute. Das ist unglaublich. Ich verstehe es nicht. Nein, Kamera nicht umständlich. Nein, nein, nein. Gut, sehr Dank. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Wir müssen Speed haben. Okay. Gut, 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 gut. Packen wir jetzt. Huuu! Okay, machen wir es halt so. Och, verdammt. Moment mal ganz kurz. Ich muss was gucken. Tastaturbelegung. Ich muss mal kurz mal gucken, welche Taste man drückt. Um nach unten. Stretch up. Attack. Model. Pump. Lean back. Was ist das alles nicht, was ich haben will? Also ist das hier scheinbar. Okay, versuchen wir das mal. Das wird wohl dann mehr Schwung geben uns. Versuchen wir. Okay, runter. Haben wir mehr Speed? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Aber wir hätten es gepackt. Wir hätten es gepackt. Okay. Jetzt schaffen wir es aber. Komm, bitte, bitte, bitte. Dieser Boss Jump, der ist echt böse. So, jetzt heißt es, gut kontrolliert da vorne. Bleiben. Und zum. Komm, einfach drüber öpfen. Nein, was ist das, was, 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 was ist das denn? Mann. Schade. Ich bin doch so schön drauf gelandet. Naja. Dann ist es halt so. Oh, wir hatten so viel Versuchen. Ich habe es nicht bekommen, Leute. Ich kriege das auch nicht gebacken, gerade zu fahren mit dem Controller. Ich kriege es einfach nicht gebacken. Gut. So, im Moment der Wahrheit. Du sagst es. Oh Gott. Wow, 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 wow. Wie habe ich das jetzt? Keine Ahnung. Echt nicht, wie ich das überlebt habe. Ich habe keine Ahnung. Davon viel. Ich habe eigentlich schon mal einen Sturz kommen sehen. Aber ja. Es lief doch. Es lief doch. Wunderbar. So. Da haben wir das Teil vor uns. Okay, es heißt also easy peasy. Vorbeifahren, wollte ich sagen. Okay, jetzt muss ich mal Gas geben. Jetzt kommt nämlich der böse, böse Sprung hier. Der uns letztens das Gehleck gebrochen hat. Hup. Yes. Wieso hat das nicht vorher so geklappt? Easy peasy. Wuhu. Sehr schön. Reicht das 10 ab 50 Sekunden. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Dann mal ran in die Buletten. So. Gib Stoff. Gib Stoff, Junge. Einfach nur Stoff geben. Wui. Yeah, Baby. Oh, da sollt man nicht her. Da sollt man nicht her. Oh, das hat uns der Zeit gekostet. Oh, verdammt. Schade. Ich habe gedacht, das würden wir hinbekommen. Aber nicht auf die Tour. Uppala. Da war das Mikrofon genau davor. 20 Sekunden haben wir noch. Ungefähr. Gute Bremsen machen wir es halt die Art. Ui, Bunny Hop. Wow, wow, wow. Ui. So. Okay, jetzt haben wir noch 20 Sekunden circa. Ich kann nur die drei sehen. Mehr sehe ich nicht. Gib Gas, Baby. Au. Das sah schmerzhaft aus. Oh. Na ja. Passiert. Ich glaube, es hätte mir nicht gepackt. Oh man, neue Musik. Cool. Du 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 du. Du 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 du. Ah, verdammt. Was mache ich denn da für ein Mist? Ich sollte weniger... ...so fahren. Kamikaze-like fahren. Ich sollte mal lieber auf der Strecke bleiben. Und da ist schon das Ziel. So. Acht Sekunden in der Luft bleiben. Acht Sekunden wollt ihr haben. Dann brauchen wir natürlich ein paar Stunts. Definitiv. Sonst kloppt das mich nicht. Boah, ich bin mal gespannt, was das für ein Bossjump diesmal ist. Da, 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 da. Die Mucke ist mir interessant. Ui. Ja. Schön soft gelandet. Gut. Nochmal jumpen. Und nochmal jumpen. Oh mein Gott, ey. Was geht denn ab hier? Jump, 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 jump. Müssen wir ein paar Leben wieder uns besorgen. Oh Gott. Boah, Glück gehabt. Haben wir mal gerade so geschafft, die Kurve. Wie viele Sekunden fehlen uns denn? Ich kann es nicht sehen, was genau davor ist. Das ist das Ärgerliche daran. Oh Gott. Baum. Au. Nee, Kaktus. Au. Au. Das ist das schmerzhaft aus. Wieder mal. Ich frag mich, ob wir den Bossjump hinkriegen. Ob wir hinkommen. Aber wir haben jetzt die Abkürzung. Die haben wir jetzt auch. Oh. Shit. Nicht so weit springen, kriegst du sie. Ich würde mich super überfreuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge. Euer Trixi. Ciao, ciao.